E-Scooter fahren und EU-Führerschein. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, klären wir heute. Willkommen zurück, liebe Zuschauer auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Henning Hartmann. Ich bin Fachanwalt für Verkehrsrede und für Strafrecht in der Kanzlei Dr. Hartmann & Partner in Oranienburg nördlich von Berlin. E-Scooter erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, insbesondere über die Sharing-Unternehmen. Eine sehr einfache Sache, gerade in größeren Städten, die letzten Meter zu fahren und unkompliziert dieses Fahrzeug dann wieder abzustellen. Fahrzeug ist genau das richtige Stichwort, nämlich, jetzt sind wir beim Juristischen, diese E-Scooter, also die, wo man sich draufstellt, sind, obwohl sie nur 20 kmh fahren können, als Kraftfahrzeuge eingestuft. Und das bedeutet, was viele nicht wissen, dass die 0,5 Promille-Grenze gilt, dass man also seine PKW-Fahrerlaubnis verlieren kann, wenn man unter Alkohol sich auch so ein E-Scooter nach einem Besuch in der Bar oder ähnliches draufstellt. Und dann sind wir beim Thema EU-Führerschein. Nämlich, wir wissen, dass nach dem Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt mit einem Kraftfahrzeug, also auch mit einem E-Scooter, leider dann häufig die Fahrerlaubnisbehörde auf den Plan tritt und die Fahrerlaubnis entzieht, beziehungsweise von der Beibringung einer MPU, den Erhalt der Fahrerlaubnis, abhängig macht. Und da das immer häufiger passiert in Deutschland, wenden sich immer mehr deutsche Kraftfahrer dem EU-Führerschein zu. Wir wissen, dass bei legalem Neuerwerb der Fahrerlaubnis im EU-Ausland in Deutschland wieder gefahren werden darf, auch wenn hier noch die MPU vor Neuerteilung offen wäre. Was im Einzelnen dazu beachten ist, habe ich in weiteren Videos ausgeführt. Die finden Sie auch zu dem entsprechenden Schlagwort. Wenn Sie also informiert bleiben möchten, dann klicken Sie gerne auf das Bild, dann abonnieren Sie kostenlos den Kanal oder schauen Sie auch auf meiner Homepage, das ist ra-hartmann.de. Dort finden Sie sämtliche Urteile zum Thema, beispielsweise EU-Führerschein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!